Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Und heute kommt ein Video, in dem ich einen Scalp-Check und ganz, ganz tollen Untersuchung mache. Und danach auch eine Behandlung. Aber falls ihr jetzt denkt, es geht irgendwie um irgendwelche Cremes und wisst ihr, was ich schon öfter gemacht habe, so, dass es mehr um die Hautbehandlung geht? Nein, nein, sondern das ist jetzt eher so in Richtung eine neurologische Untersuchung. Und ihr wisst ja auch, was wir da für tolle, tolle Tests alle haben. Also natürlich werde ich auch so ein bisschen die Haut angucken, aber ich werde auch eine kurze neurologische Untersuchung machen. Genau. Ich hoffe, ihr könnt euch dabei entspannen und genießt die tollen Saums und könnt dabei sogar einschlafen. So. Ich werde die Haare immer wieder so ein bisschen aufteilen, um dann mir die Kopfhaut anzuschauen und eben den Test zu machen. In der Theorie könnte man so eine Untersuchung machen, wenn man zum Beispiel unter Kopfschmerzen leidet und sich mal die Beteiligung des Kopfes etwas genauer anschauen möchte. Ja. Genau. Aber genug geredet. Wir sterben jetzt. So. Jetzt gehe ich erst einmal durch die Haare. Und jetzt werde ich mir hier etwas abteilen, was zu dicke Haare ist. Das ist der Wahnsinn. Okay. Wer erkennt meine Proband? So. Wenn ich... Tut das weh? Okay. Ich glaube, Menschen mit Naturlocken sind unglaublich unempfindlich. Sorry. Alles gut. So. So. So, machen wir den ersten, die erste Aufteilung jetzt hier. So, kommt hier eine Klammer rein und hier eine Klammer rein, da kann ich jetzt hier eine Klammer rein. Genau, schon. Und das ist natürlich auch sehr angenehm, oder? Ja, auf jeden Fall. So, also die Kopfhaut, die sieht sehr gut aus. Aber wie gesagt, ist das ja nicht unsere Priorität bei dieser Untersuchung. Sondern, sondern wir machen jetzt den Spitz- oder Weichtest. Das ist Spitz. Das ist Weich. Okay. Ich starte. Spitz. Weich. Spitz. Weich. Spitz. Weich. Weich. Spitz. 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 Sehr gut. Als nächstes sagst du mir, ob du hier irgendwo eine Hypersensibilität oder eine Hyposensibilität, wie du das über oder unter Empfindlichkeit wahrnimmst. Ich gehe ganz langsam an dem Scheitel, den wir gezogen haben sozusagen. Klar. Und? Das war wirklich alles gleich. Das war alles gleich. Gut. Dann machen wir jetzt unsere nächste Abteilung sozusagen. Ja. Ist eigentlich genau richtig. So. Also nehme ich jetzt wieder die Sticks, die dürfen nie fehlen. So. Und einmal hier mit der Spange festklippen. Und hier. Da kommt jetzt die nächste Abteilung dran. Wenn du da bist. Da passt alles soweit. Die Kopfhaut sieht sehr gut aus. Sehr, sehr schön. Gleicher Test wie gerade eben. Spitz, spitz oder weich. Spitz. Ist weich. Spitz. Weich. Sehr gut. Spitz. Spitz. Ja. Spitz. Super. Weich. Weich. Okay. Spitz. Gut. Und ich gehe jetzt wieder eben an diesem Scheitel entlang. Hat sich auch gleich gefühlt. Sehr gut. Weil da jetzt nichts Auffälliges war, werde ich jetzt einfach nochmal so an unterschiedlichen Stellen spitz oder weich machen. so. Spitz. Die weiche. Weich. Weich. Sehr gut! Spitz. Spitz. Spitz! Spitz. Perfekt, perfekt. Alles bestanden. Aber trotzdem machen wir jetzt eine kleine Behandlung für die Kopfhaut, aber eben nicht für die Haut an sich, sondern eher für die Muskulatur und das Bindegewebe, die Faszien, die sich unter der Haut befinden. Ja, wir haben jetzt eben ausgeschlossen, dass da irgendwelche Nervenschädigungen sind. Das heißt, solltest du jetzt unter Spannungskopfschmerzen leiden, könnte dir auch so eine Behandlung helfen. Genau, damit steht es gleich weit. So, es folgt nun die entspannende Behandlung. Und da werde ich jetzt erstmal wieder am Einteil, am Teil vom Haar. Das mache ich jetzt kurz mit den Händen. So, dann kommen wir ein bisschen besser an die Kopfhaut. So, dann kommt einmal und zweimal. So, ich beginne jetzt mit diesem tollen Akkupressurstick und werde hier Pum für Pum reingehen. Geht das für dich? Ja. Das ist angenehm. Ja. Also, keiner braucht sich Sorgen machen, weil das sieht natürlich wahrscheinlich deutlich härter aus als es ist. Das ist einfach ganz toll, um wirklich punktuell zu entspannen. Und wer sich natürlich mit Akkupressurpucken auskennt, kann natürlich da auch nochmal immer auf unterschiedlichen Pucken bleiben, die Einfluss auf den gesamten Körper haben. Aber auch schon die Faszien haben natürlich unglaublich viel Einfluss auf den Körper. Wir stimulieren jetzt hier auch noch die Nervenendigungen mit dem Nervenrat, um dann für eine Entspannung zu sorgen. Natürlich gehe ich auch immer so ein bisschen runter zum Nacken. Das kann ich schon. Also, auch ein bisschen hier oben. Und was ich jetzt auch noch an der Stelle mache, ist so ein bisschen mit dem Kurscha-Tour. Da massiere ich jetzt etwas gröber. Wie ist das für dich? Die Tasche. Also, für Kopfmassage-Fans. Die kommen da, glaube ich, voll auf ihre Kasten. Und jetzt gerade für Migräne-Patienten ist es natürlich großartig, weil so ein Kurscha-Tour natürlich total kühlend ist. Jetzt machen wir das noch etwas mittiger. Mittiger. Und machen wieder die Kopfhaut frei. frei. So. Zur Sicherheit wird das jetzt auch wieder weggegeben. kühlend, 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 kühlend. So. Da sehen wir dann die Haut viel besser. Okay. Wieder der Akkupressur-Stift. Gut. Jetzt schon wie die anderen entspannt. Wenn du jetzt nicht aufrecht sitzen würdest, kann das nicht einschlafen. So. Und noch eine Runde. So. Gerade so hinten. Ja, das ist es. Ja, aber das ist total toll. Da ziehen ja auch von der Halswirbelsäule die ganzen Muskeln und Faszien hoch. Und da ist es dann natürlich besonders effektiv. Gut. Weiter geht's. Wieder mit den Nerven. Wieder mit den Nerven. Schreib mir mal, ob du das auch spüren kannst, wenn du das siehst auf deinem Video. Manchmal spürt man das Gefühl und spürt es richtig. Und natürlich wieder mit dem Gua Sha. Gua Sha. Tüft. Und da kann man wirklich in jede Haar-Art reingehen, weil das jetzt kein Kamm ist, wo man dann gleich irgendwie die Naturlocken wieder zerstört. Und dann, ja, damit es kompatibel ist für alle Haarformen. So. Und wie vorher, werde ich jetzt einfach nochmal so über den ganzen Kopf an unterschiedliche Punkte gehen. Mit dem Akupressur-Stift und auch mit dem Gua Sha. Du kannst noch sitzen. Ja. Es ist gar nicht so leicht, immer gerade zu sitzen, wenn man so viel entspannt. Gehen wir. Mach's jetzt mal so. Ihre italienischen Gruppen auf jeden Herren. Einmal hält. und herum alle Punkte zu erwischen und jetzt, wie gesagt, mit dem Kurschat holen. Schaut mal, wie toll ich hier durch die Haare komme. Das ist wirklich das perfekte Tool für so eine Kopfmassage, wo man dann richtig an der Kopfhaut entlang geht. Also nicht nur punktuell, sondern wirklich immer. Nicht so, ja, fast wie Haare kämmen. So, und dann gehe ich auch nochmal mit meinen Händen einfach an den Kopf. Aufberein. Und entspannen. Entspannen. Auch hier unten. Das ist so für die Kopfschmerzen und Migränepunkte, weil ich euch das selber mal massieren wollte. Dann geht ihr. Okay. Sehr schön. Damit sind wir eigentlich schon am Ende. Wahrscheinlich schade. Ja. Ja. Aber wir drehen noch ein Video. Damit dann auch massiert. Also kommst du heute nicht zu kurz. Gut. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet auch gut entspannen. Und seid vielleicht schon eingeschlafen. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Gut genug. Gut genug. Gut genug.